Briefumschlag in Writer – LibreOffice 7.0 Wählen Sie im Writer Menü Einfügen – Briefumschlag. Im Dialogumschlag stehen drei Tabs zur Verfügung. Dialogumschlag – Tabumschlag Geben Sie die Empfänger- und Absenderadresse für den Briefumschlag ein. Sie können auch Adressfelder aus einer Datenbank einfügen. Dialogumschlag – Tab Format Legt das Layout und die Abmessungen des Umschlags fest. Dialogumschlag – Tab Drucker Wählen Sie die Druckoptionen für den Umschlag. Mit dem Button Einrichten richten Sie Ihren Drucker ein. Wählen Sie das Umschlagformat. Button Neues Dokument Er stellt ein neues Dokument und fügt den Briefumschlag ein. Button Einfügen Fügt den Briefumschlag vor der aktuellen Seite in das Dokument ein. Button Zurück Setzt Änderungen des aktuellen Registers auf jene Einstellungen zurück, die beim Öffnen des Dialogs vorlagen. Apunschlag 3 onna Water Things Note In candidatur identities sj sj Untertitelung des ZDF, 2020